Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Chefcat 2112 Das letzte Album von Chefcat, alles Liebe nach dem Ende des Kampfes, erschien im August 2018. Fast genau zwei Jahre später steht jetzt mit 2112 sein neuestes Album an. 2112 kommt mit 10 Tracks und beinhaltet Features von Mai und Sammy Deluxe. Das Release kommt über Chefcat Records und erscheint digital. AK Außer Kontrolle, ASSN 2 Im Mai 2017 erschien mit ASSN das zweite Album von AK Außer Kontrolle. Nun kommt das vierte Album und der Nachfolger des Berliners. Das Akronym steht damals wie heute für Aufstart sein Nacken. ASSN 2 beinhaltet 16 Tracks, Features kommen unter anderem von Bones MC, Contra K und Shindy. Das Album kommt über XY Records und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.